Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Challenge Minecraft Sky Factory. So, diesmal mit von Anfang an Musik. Ja, okay, ich hab mir überlegt, es ist für mich immer noch der gleiche Tag. Ich werde jetzt mal unsere Diamanten hier rausholen, was übrigens inzwischen schon 4 Stacks sind. Und werde mit den 3 Stacks, die ich jetzt rausgeholt habe, Diamanten craften und dann eine Quest mit den Rüstungen abschließen. Ähm, da kommt wieder irgendwoher ein Blob. So, so. Zack. 24 Diamanten müsste doch eigentlich reichen, oder? So, einmal. Zweimal. Dreimal und die Boots. Perfekto. Damit müssten wir doch die Quest abgeschlossen haben, oder? Wo sind die Rüstungen? Da. Zack. Wir haben Diamant, Eisen, Gold, Leder und Force. Wenn ich jetzt in mein Challenge Buch gucke, müsste das doch die Rüstung sein, die wir brauchen, oder? Das heißt, ab jetzt können wir die Diamanten anderweitig verwenden. So. Sammel. Da. Sammel-Rüstungssets. Kopf, Brust, Hose, Schuhe. In Leder haben wir. Eisen haben wir. Gold haben wir. Diamant und Force. Sehr schön. So, und scheinbar ist das Lied zu Ende. Ich drück mal. Keine Ahnung, wieso da so ein langes Outro dran ist. Aber, naja, egal. So, okay, das heißt, Quest Nummer 6. Kann ich demnach updaten? Das machen wir doch auch direkt. Das machen wir doch auch direkt. Quest Nummer 5. Quest Nummer 5 ist praktisch jetzt. Jetzt brauche ich nur nach links zu gucken. Ein Drachenei, das müssen wir auch noch sammeln. Quest Nummer 8. Den sind wir auch noch dran. Quest Nummer 11. Die Item Frames. Ja, das werden wir dann auch später. Das kommt ganz zum Schluss. Das wird die allerletzte Quest sein, die wir abschließen im Endeffekt. So, Quest Nummer 14. Das 64k-Modul. Okay, dafür brauchen wir dann doch noch Diamanten. Aber das müsste eigentlich relativ gehen. Mal gucken. Wo wir uns schon mal hier die restlichen, die wir hier haben, noch. Zack. Also zumindest den einen Stack, den wir hier haben. Und machen daraus weitere Diamanten. Und wollen doch mal gucken, wie weit wir doch damit jetzt kommen. Wir haben jetzt zwar nur 8 Diamanten. Aber, Moment. Wir haben noch. Genau. So, dann brauchen wir unseren Wands. Den hier. So, 4 Diamanten. 4 mal Eisen. Perfekt. So, wie viele Diamonds haben wir eigentlich? Dias. 12 haben wir hier. Das ist okay. Vielleicht kommen wir damit ja weit genug. So. Das heißt, wir brauchen jetzt ohne Ende. Und was haben wir noch an Silikon? Silikon haben wir noch 2. Ja, das wird nicht reichen. Das heißt, wir holen mal unser Glas hier raus. Wir packen das hier rein. Achso, nee. Wir wollten ja erstmal das hier fertig machen. Damit wir mehr Steine bekommen können. Was fehlte uns denn dazu noch? Ich glaube, wir hatten doch soweit alles, oder? Ach, nee. Buckets und Wasser. Zack, 1, 2. Dann brauchen wir, wir haben hier eine Transfer Node. Brauchen wir 2, genau. Wir brauchen mal gerade irgendwas, um das dann, den Wasserfluss in der Mitte zu stoppen. Nehmen wir mal einfach Glas jetzt. Ist egal. Und ansonsten haben wir alles, oder? Das heißt, wir holen uns jetzt mal eben die 2 Eimer Wasser. 1, 2, oh, nee. 2, so. Und dann gehen wir hier rüber. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ähm, ja. Das heißt, ich brauche doch noch was, und zwar Cobblestone-Stufen. Oder? Ja. Cobblestone-Stufen. Haben wir noch genug, alles klar. Das sollte funktionieren. So, das Challenge-Buch haben wir dabei, warum auch immer, egal. So, auf jeden Fall. Wir brauchen ein Dreierfeld. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, nur Platz, okay. Für Wasser halt. So, das heißt. Das muss jetzt hier auf diesem engen Raum halt was hin. 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, das war einer zu viel, aber egal. Machen wir das einfach mal gerade so. Wir müssen ja hier eh die Fläche haben, um die Extruder drauf zu stellen. So, das heißt, mit anderen Worten, hier kommt jetzt Wasser rein. Dafür machen wir hier mal gerade Löcher. Hier einmal Glas hin, da Wasser, da Wasser, da Wasser. Auch das Risiko hin, dass ich jetzt sterbe, weil ich die Combo-Faktor wieder nicht hinkriege. Die Tastenkombination, ja, ist okay. So, und jetzt schnell hier hin. So, bevor wir nämlich doch abstürzen, weil uns die Magie ausgeht. Eh, hallo. Haben wir es jetzt, danke. Okay, so, das heißt. Jetzt müssen wir allerdings doch nochmal hier wegreißen. Weil hier kommen dann, hier kommen die Leitungen hin. Ja, also zumindest die Wasserleitung schon mal. Die wird hier. Dann brauche ich die Transfer Node für Liquids. Die kommt hier dran, ganz genau. Dann können wir das hier wegmachen, das hier wegmachen. Wir haben eine unendliche Wasserquelle. So. Das hier können wir auch abdecken, theoretisch dann später. Dass das nicht so dämlich aussieht von oben. So, die Fackeln nochmal weg. Gut. Die Extruder platzieren wir jetzt schon mal. Damit wir eine grobe Vorstellung haben davon, wie das dann hier ausschauen wird. Und zwar, denke ich mal... Fünf Stück haben wir. Aber das hier ist die Mitte. Das heißt so, so, so und so. Da drunter wird das Wasser eingeleitet. Ja, wird es. Trotz alledem. So, 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 so. So, okay. Von hier unten empfangen die das Wasser. Und zwar hier, hier. So, okay. Input. Von unten. Wasser. Alles klar. Okay. Das funktioniert. So, dann brauchen wir für jedes Teil ein Eimer Lava. Moment, kann ich da nicht eigentlich theoretisch? Normal müsste das doch auch funktionieren, so, oder? Die müssten das doch direkt da rausziehen. Wenn da dann... Cobblestone rauskommt bei... Wollen wir mal gucken. Testen wir mal. Ah, ne, können wir ja gar nicht testen. Weil die brauchen ja, glaube ich, noch Strom. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder? Oh, ne, doch nicht. Okay. Okay, er sammelt. Sehr schön. Er sammelt auch. Die brauchen gar keinen Strom. Na, toll. Na gut. So. Ich meine, soll mir im Endeffekt recht sein. So. Okay. Von unten kriegen sie Wasser. Nach oben schmeißen sie den Cobblestone raus. Es ist zwar nicht viel im Endeffekt, aber... Es hilft. Und theoretisch könnte man noch weitere dann hier hinbauen. Aber jetzt erstmal das Ganze. So verbinden. Und alles, was uns Cobblestone bringt, hilft weiter. Dementsprechend soll mir das recht sein. So, hier machen wir mal zu. Das hat nicht ganz so dämlich ausschaut hier. So, machen wir mal so. Hier noch. Und dann ist gut. Und theoretisch kann man das dann auch noch erweitern. Mit weiteren Extrudern. Ich meine, die sind nicht so teuer. Können wir auch ruhig noch fünf Stück weit machen. Extruder. Ist halt alles so jetzt Spielerei nebenbei. So. So. Machen wir mal noch fünf Stück davon. Glas. Wir haben doch genug Glas. Meine Güte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Fünf Pneumatics. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Pistons noch. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. So. Das heißt, wir erweitern das Ganze jetzt. Noch ein bisschen. Und zwar nach hier vorne hin. Erstmal platziere ich dann hier schon mal die Dinger. Das heißt, dich mache ich nochmal weg hier. So. Zack, zack, zack. So. Wir wissen ja, dass die hinteren funktionieren. So. Jetzt warten wir, bis das hier Wasser drin ist. Müsste eigentlich auch. Na. Verbraucht die eigentlich Wasser, wenn die das herstellen. Normal bei Cobblestone nicht, ne? Nur bei gebrannten Steinen, oder? Hm. Irgendwie kommt kein Wasser an. Ach so. Logisch. Ich muss ja auch den Input nach unten stellen. Und bei dem hier noch. So. Jetzt dürfte Wasser drin sein. Jawohl. Das heißt, wir brauchen noch fünf Eimer Lava. So. Einmal. Zweimal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Vier Mal. Fünf Mal. So. Und dann kommen hier noch Item Notes drauf. Und die senden das ganze, zack, Fackel weg, hier hin. Perfekt. So. Hier machen wir noch eine Fackel hin. Alles klar. Gefällt mir eigentlich soweit. Es ist, wie gesagt, nicht viel, was dabei rumkommen wird. Aber. Egal. Spielerei muss sein. Bisschen rumprobieren. Und alles, was uns Cobblestone bringt, bringt uns im Endeffekt weiter. Das ist doch keine so gute Idee da. Das heißt, wir müssen doch hier hin. Ich hoffe, du lädst dich jetzt nicht hier voll wieder mit Cobblestone. Notfalls machen wir es ganz einfach. Wir haben doch noch Cover, oder? Ja. So. Na. So. Alles klar. Perfekt. So soll es sein. So kommt auch alles da an, wo es hin soll. Und wir haben die 10 Mille geknackt. Sehr schön. Im Endeffekt werde ich wahrscheinlich später dann irgendwann noch hier eine zweite Reihe an. oben drauf setzen, an Cobblestone-Generatoren, hier die klassischen. Und dann dürften wir eigentlich relativ zügig drankommen an den Cobblestone. Aber wir haben ja eh noch ein paar Quests zu machen. So. Wir haben jetzt 15 Minuten rum und ich habe nur Blödsinn gemacht. Und habe jetzt dadurch wieder vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Auf jeden Fall will ich gerade Platz machen. So. Zack, 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 zack. Torches nehme ich mal wieder mit. Sicher, sicher. Den Crescentheimer brauchen wir gerade nicht. Das Challengebuch. Wir waren an irgendeiner Challenge, wo ich sagte, die könnten wir eigentlich theoretisch machen. Ich glaube, Quest 11 war das. Nee. Ah, genau, das 64K-Modul. Da war was. Und wie sieht es eigentlich hier aus mit unserem Wasser haben wir? Gold haben wir auch fast schon, Stack. Das ist okay. So, das heißt, das 64K-Modul. Das wird eine Menge Ressourcen fressen. Silikon, genau, das war es. Deswegen, das wollte ich ja noch herstellen. Nee, komm schon. Dafür brauchen wir den von uns geschredderten Dust. Und jede Menge von dem Quarz. Pulverized Coal, warum auch immer. So. Okay. Zack, zack, zack. Das lagern wir mal hier ein. Ah, nee, den Netherquartz, das wollte ich einschmelzen. So, zumindest schon mal ein Stack. So, alles klar. Normales Netherquartz braucht man eigentlich, glaube ich, soweit jetzt erstmal nicht. Aber wir können noch welches hier hinten schon mal klein machen. In unseren... Ah, hier haben wir auch noch Quarz. So, das heißt, du kriegst einen. Du kriegst einen. Und du kriegst einen. So, das kann dann in der Zwischenzeit sich kurz und klein rödeln. Weil eventuell brauchen wir doch noch. So, okay. Wir haben jetzt 300 davon. Hm, okay. Das heißt, 64k-Modem. Oha. Das gibt eine Menge Arbeit, Leute. So, wir brauchen erstmal hier von Weltschirm. Das heißt, wir brauchen... So, ich will mal gucken, ob ich es ausgerechnet kriege. Ich glaube es zwar nicht, aber... So, 3... 9... 27... 27 Stück nur? Kann das sein? Das wäre ja dann doch gar nicht so viel. Okay, probieren wir es mal mit 27 Stück. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Silikon. So, machen wir es damit, dass es ein bisschen schneller geht. So. Nethercrats. Ach, nur noch einer übrig. Hatten wir nur 65. Dacht, hätten wir mehr. Okay. Ähm. Okay. Hm. 27, kann das sein? Also nochmal. So. Wir brauchen, um dieses Cluster herzustellen, drei von denen. Von denen brauchen wir jeweils drei von denen. Das sind neun. Drei von denen brauche ich hierfür. Also immer mal drei eigentlich. 27. Ich hoffe, dass das stimmt. So. Jetzt haben wir fast 27. Wie viel haben wir jetzt? 23. Brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. So. 27. Wenn das das wirklich ist, was ich meine. Ach so, okay. So. Jetzt haben wir 27 Stück. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war zu viel. Das sind 28, aber ich glaube, die brauchen wir später eh noch. So. Okay. Stellen wir die mal her. Okay. Muss halt jetzt auch alles brennen. So. Hier können wir mal das Nickel noch rausholen, was wir hier drin haben. Und lagern das mal ein. So. Ich können wir dann erstmal kaputt, äh, weg machen. Wie viel Gold haben wir eigentlich noch? 47. Gold, oh, dust. So. Was haben wir hier noch? Jede Menge Quarz. Jetzt aber kein, kein, kein Crushed, Adied. So. Hier ist auch, oh. Na gut. Während das wir eh warten müssen, können wir hier mal leer machen wieder. Haben wir ja schon länger nicht mehr. So. String. Haben wir keinen mitgenommen. Bones. Pfeile. Rottenflash war eh voll. So. Was haben wir hier jetzt? Wir haben hier das. Ähm. Haben wir sonst keine Barrels mehr übrig gehabt? Okay. I see. Das heißt, ey. Muss dann wohl jetzt erstmal hier reingelagert werden. Okay. So. Quatsch, falsche Kiste. Hier. Zack, zack, zack. Und die Spoilspacks nehmen wir auch raus. Aber wir mal gucken. String. Die kommt man noch einlagern. Rottenflash haben wir auch eine neue für angelegt gehabt. Und Enderaugen kriegen wir auch noch eingelagert. Gut. So, das heißt. Die Spoilspacks. Eben hier in der Kiste einsortieren. Na, du bist ja ein Blödmann. So. Okay. Wie weit sind wir hier? Zwölf. Vierzehn. Vierzehn. Ich glaube, davon werden wir wirklich noch mehr brauchen. So, das heißt. In der Zwischenzeit gucken wir uns wieder. Machen wir hier nochmal ein bisschen Ordnung. Ah, hier ist noch mehr als genug Platz drin. Hier brauchen wir eigentlich nichts zu machen groß. So, aber was wir auch machen könnten, wären hier mal eben wieder... Oh, oh. Ah, dieses Speed-abbauen ist manchmal echt... ...anstrengend. Sagen wir es mal so. Ich habe gerade ein passendes Wort gesucht, aber... ...anstrengend ist das... ...harmloseste, was mir jetzt einfiel. ...möhrchen. Gib mir mal die Möhrchen. Wieso? Hä? Ho. Ho, ho, ho. So, okay. Da dieses eine Feldback drum. So, funktionieren jetzt? Jetzt? Nö. Naja, egal. So, auf jeden Fall können wir die Möhren dann mal wieder hier reinschmeißen. Dann kann der ein bisschen hier weiterarbeiten. So, wie viel haben wir noch? Vier Stück müssen wir noch machen. Dann haben wir 28 Stück gemacht. Kommt denn jetzt die Möhre schon wieder her? Na komm, den einen nehmen wir jetzt gerade noch mit. Dann haben wir ja die 27, die ich ausgerechnet habe, die wahrscheinlich nicht stimmen werden. So, okay. Dann haben wir noch mal wieder... 27 Stück. Das heißt... Nein, das ist falsch. So, das. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Und uns fehlt es an Redstone. So, das ist unser geringstes Problem. Machen wir mal einfach hier stackweise Redstone wieder. So, hier wieder voll machen und dann einlagern. So, gut ist. So, jetzt brauchen wir noch 16 Stück. So, 16 Stück. Dann haben wir jetzt 27. Okay. Äh, nein. So, 27 Stück von denen hier haben wir jetzt. Also von denen. Okay, dafür brauchen wir dann jetzt... 9 goldene Prozessoren nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das war wieder einer zu viel, weil wir haben ja einen hier noch drin. 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Und danach kommt es dann, glaube ich, schon an die Diamanten in dran. also könnte es ja wirklich stimmen weil ich da ausgerechnet habe mit 27 stück ich dachte ja wer weiß wie teuer das ja eigentlich so und da kommt so viele quiz müssen wir eigentlich noch machen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zähle ich jetzt gerade das heißt ja wir haben weit mehr als die hälfte inzwischen so einer noch so nah kommt so sehr schön gut das sind neun stück davon das heißt das war dann diese stufe oder ja okay das heißt diese stufe müssen wir jetzt kraften 1 2 3 4 5 6 7 8 9 passt zumindest bis dahin schon mal so weiter okay so um die hier zu kraften brauchen wir drei das heißt wir brauchen drei advanced circle 1 2 3 das ist dafür schon genau aufgegangen das heißt wir müssen neues dafür machen das machen wir währenddessen dann mal eben auch leute ich verklick mich gerade hier so da da so das heißt hier nach dann jetzt müssten es ja drei stück von den nächsten ergeben mal eben die beine ausstrecken na komm so okay einlagern löschen so wir sind jetzt an denen dran er hat sich die haben wir die haben wir gemacht okay weil schon das heißt die müssen das als nächstes sein oder ja 1 2 3 ok ok ich bin überrascht so die haben wir das heißt wir brauchen noch einen advanced circle einen so okay hier haben wir noch ein bisschen silikon und dann komm so weil die folge ist gleich zu ende ich will das noch fertig kriegen so einlagern einlagern ach so oh tatsachhaftig leute ich bin begeistert wir haben das 64k modul das heißt wir haben quest nummer 11 oder 14 es müsste 14 sein ja erstelle ein 64k modul GG sehr schön das heißt wir haben diese zwei quests abgeschlossen quest nummer 6 quest nummer 6 und quest nummer 14 sehr schön das heißt das update ich jetzt nochmal es wird ja jetzt eh dunkel quest liste eigenschaften quest nummer 14 sehr nice sehr nice das freut mich doch so und es wird passend dunkel im ernst da rennt schon wieder ein Wizzerskelett draußen rum so ok 10 müller haben wir alles klar ihr lieben ich will schlafen grrrr fußekuchen ist noch nichts mit schlafen ich will aber jetzt schlafen naja ok währenddessen können wir dann nochmal weiter gucken so quest nummer 20 haben wir auch noch nicht baue die große halle die müssen wir noch bauen die kommt ja unten hin dann quest nummer 26 die energy cell muss nur noch voll laden quest nummer 32 besiege den ender drachen und betrete das end das kriegen wir auch noch hin das ist noch nicht so weit die ist auch noch nicht ganz so weit das dauert aber auch nicht mehr so lang coole sache so und können wir jetzt schlafen grrrr ja gut aus frust ernte ich jetzt nochmal hier ab ja vor allem ernte ich mal wieder viel zu viel ab so so hui so ok ah wir können schlafen sehr schön ok so ihr lieben wir haben zwei quests heute abgeschlossen quest nummer 6 und nummer 14 freut mich super und ich hoffe dass euch der part gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten part von let's challenge minecraft sky factory wieder einschaltet bis dahin macht's gut ciao ciao